Leute, wir brauchen irgendwas richtig Stärkes, um Phantum zu besiegen. Irgendwelche richtig starken Tränke. Oh Mann, mit Einzeltränken sind wir doch nicht so stark. Wobei, warte mal, ich hab's jetzt ja machen können. Wir können einfach alle Tränke zusammen mixen, wie bei Dr. Light. Oh mein Gott, ja. Das machen wir auch direkt, Freunde. Lass deinen Darm nach oben da. Oh mein Gott. Kugelmann, wie findest du die Idee? Oh mein Gott, ja. Das ist auch eine gute Idee. Vorgi, wie findest du die Idee? Ja, die Tränke ist auch gut. Das sind ja alle Tränke zusammen mixen. Das hat sogar vorhin gefällt mir auch gesagt. Meine Freundin. Das hat Nessica echt gesagt, dass wir die Tränke zusammen mixen, um Phantum zu besiegen. Anstelle von, dass wir sie einzeltrinken, so wie letzte Folge, mixen wir einfach alle Tränke zusammen. Oh Mann, das ist eine gute Idee. Das hätten wir schon letzte Folge tun müssen. Dann mixen wir die zusammen, damit das ein Trank ist und dann trinken. Dann trinken wir das. Ja, warum bin ich denn? Ich hab viel früher drauf gekommen. Oh Mann, Freunde. Dann mixen. Ja, das am besten direkt zusammen, Freunde. Fangen wir direkt mal an. Ich hab hier schon ein Glas, wo letzte Folge der Fragezeichen-Trank drinne war. Den haben wir jetzt schon leer getrunken. Dann mixen wir das alles zusammen. Dann wird der Trank, der hier gleich zusammengemixt drinnen ist, vielleicht noch mal stärker als der Fragezeichen-Trank. Ja, okay, Freunde. Mit was sollen wir anfangen? Weißt du, wir fangen direkt hier mit an. Okay, machen wir hier mal was rein. Mix daneben schütten. Gleich die volle Kanne. Okay. So, jetzt. Ich hör schon mal ein bisschen was. Kommt. Party-Trank. Okay, langsam fänglich und ankommst du riechen. Oh. Das sieht richtig müßig aus. Guck mal, Freunde. Lila und rot vermischt. Oh je. Richtig, richtig krasse Farbe. Ja, Forgi, du kannst gerne mal was probieren. Sieht irgendwie aus wie so ein Traupensaft. Forgi, trink mal hier ein bisschen was. Lila und rot vermischt. Sieht rein, das darf ja nichts daneben gehen. Okay. Oh, jetzt sieht das noch müßiger aus. Lila. Das ist ja schon richtig lila. Oh mein Gott. Sieht fast aus. Das ist wie ein Phantom-Trank. Guck. Hier. Guck mal, Forgi, wie das jetzt aus. Ja, ich weiß es auf jeden Fall. Jetzt kommt der Sonic-Trank. Hier, der ist auch am meisten voll da. Da kippen wir gleich alles rein. Damit, oh Mann, dann. Und dann haben wir einen richtig coolen Trank zusammengemittelt. Okay, Forgi. Du kannst zuschauen, Freunde. Seid ihr bereit? Jetzt mixe ich das zusammen. Das ist nicht dein Sandwich. Okay. Drei. Zwei. Eins. Wow. Warte mal, Freunde. Ich mache mir mal kurz die Hände. Oh, guck mal, Freunde. Jetzt ist der Trank fertig gemixt. Hier, ihr seht, alle Gläser sind leer, oder? Ich sehe die Sonne untergehen. Nachher nehmen wir noch ein Stück rein. Oh, Freunde. Der Trank, der ist jetzt richtig, richtig lila. Oh, mein Gott. Das ist jetzt ja fast schon ein Phantom-Trank. Passt ja auch. Wir wollen ja damit Phantom einfangen. Oh, Mann, Mann, Mann. Freunde. Machen wir mal noch ein bisschen was von dem Sonne-Trank rein. Da ist noch was drin. Jetzt füllen wir noch was rein. Damit der Trank auch so stark wie möglich ist. Okay. Freunde, wer will als erstes... Wer will als erstes trinken? Ich glaube, ich trinke als erstes, Vogelmann. Danach bist du dran, okay? Okay. Oh, mein Gott, ist das für ein heftiger Schrank. Ich schreibe dir dann noch mal ein bisschen auf. Ja, der Trank ist echt, echt heftig. Ups, jetzt ist mir da was runtergefallen. Oh, mein Gott. Ja, Vogelmann, du sagst, ist okay. Trinken wir mal direkt. Als erstes. Okay. Heute. Leute, ich hab sie. Leute. Okay. okay wird irgendwie doch ganz lecker irgendwie macht hier schon mal das ist das ist obwohl das so viel komisches zeug reingemüßt dass es noch so lecker schmeckt um ein vogel mal nicht jetzt trinkt jetzt trinkt du mal was freunde oder oder wie findet ihr das in der nacht da vorki noch mal auch noch mal ein kleines stück was trinken ok freunde dann vogelmann dann trinkt du jetzt mal was ich finde es nur die grünen höhen und freunde dann beim namen zu krim vor der rastrik auf der runde das ist die kreis steckig vor der mitte stelle kreis und hier die kreis wenn ich nicht ein das ist schwein ich bin ein Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht. Oh man. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Guck mal kurz, dann trinkt mal was. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Okay, Freunde, das hat jemand als er aufhören. Oh mein Gott, Freunde, die Zaubertränke zeigen also schon Wirkung, aber mir auch. Oh mein Gott, ich fühle mich auch schon irgendwie so stark, Freunde. Oh Mann, meine Hände. Oh Mann, jetzt könnten wir eigentlich aufbrechen und diesen Phantom besiegen. Oh Mann, Freunde, okay, dann brechen wir jetzt direkt auf. Ich freu mich mal zur nächsten Folge wieder ein, wenn wir diesen Phantom vernichten, Freunde. Seid auf jeden Fall dabei. Vergiss mich zu leiden. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde.